Moin aus Osnabrück. Heute fängt hier eine ganz tolle Aktion an. Ikea beginnt sein Firmengelände komplett für die Artenvielfalt und zur Einnämmung der Klimakrise vorzubereiten und zu bepflanzen und umzubauen. Ganz viele Leute sind dabei. Verschiedene Vereine machen mit. Wir kriegen eine von hinten, jetzt fangt ihr an! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.